Hallo Leute, hier ist wieder Baxi Melon, heute mal mit einem Abonnenten-Special. Leute, ich hätte echt nie gedacht, dass in so kürzerer Zeit 200 Abonnenten zusammenbekommen. Ihr seid wirklich absoluter Wahnsinn, also vielen, vielen, vielen Dank dafür. Also was ihr im letzten Monat geleistet habt, das ist sensationell. Vor einem Monat habe ich gerade nochmal bei 30 Abonnenten hängen geblieben und jetzt nach 4 Wochen später sind wir bei 200. Also ihr seid sensationell und ich kann mich einfach nur wirklich für eure Unterstützung und euren Support bedanken. Da hätte ich echt nie im Leben damit gerechnet. Und ja, sind wir mal ehrlich, es gibt so viele YouTuber, die über GTA und Glitche berichten und Glitche hochladen. Und okay, manche YouTuber erklären besser, andere weniger gut. Andere sind mehr mit ihren Gewinnspielen und ihren Hashtag irgendwas beschäftigt, als eigentlich wirklich die Glitche zu zeigen. Oder bevor sie auf den Punkt kommen oder schalten, hier Ewigkeiten Werbung in ihren Videos. Und das war eigentlich der Hauptgrund, warum ich eigentlich überhaupt mir Gedanken gemacht habe, mit YouTube anzufangen. Weil ich mich über solche YouTuber dermaßen geärgert habe. Und ja gut, ich bin nie davon ausgegangen, dass es bei mir überhaupt funktionieren könnte. Aber durch die schnell angestiegene Zahl an Abonnenten scheinen meine Erklärungen zu den verschiedenen Glitchen verständlich und nachvollziehbar zu sein. Und das freut mich unheimlich. Ja, wie oft ich meine Videos hier mittlerweile bei Facebook sehe oder in Communities sehe, die von euch geteilt werden, hätte ich echt nie im Leben damit gerechnet. Also vielen, vielen Dank dafür für eure Unterstützung, fürs Teilen der Videos, für eure Abonnenten. Äh, und wirklich, ich bin echt, echt geflasht dafür. Und da kann ich nur wirklich jeden Einzelnen von euch dafür danken, dass ihr den Abo-Button gedrückt habt. Ähm, dass ihr den Abo-Button gedrückt habt. Ähm, und, ähm, ja, es macht mir eigentlich unheimlich viel Spaß, äh, die Videos für euch zu machen. Und solange es, äh, der Spaß dabei bleibt, äh, werde ich auf jeden Fall weitermachen. Und euch immer die neuesten Glitche auf meinem Kanal zeigen. Äh, wenn ihr Anregungen habt, was ich verbessern könnte, was ihr außer Money-Glitche gerne mal bei mir sehen wollt. Ob das jetzt Wall-Bridge sind, Outfit-Glitche, äh, oder irgendwas, äh, egal was ihr sehen wollt, schreibt es mir einfach in die Kommentare. Und ich, äh, schauen wir mal, was ich machen kann. Ähm, zum Abschluss, äh, zu diesem kurzen Abonnenten-Special möchte ich nochmal ganz speziell Peter Mupfel für seine Hilfe bedanken, für seine Unterstützung bedanken. Ähm, falls ihr Peter Mupfel nicht kennen solltet, schaut mal bei ihm vorbei. Er ist für mich eigentlich der, einer der besten deutschen YouTuber. Äh, sein Kanal Peter Mupfel Special Report ist bei mir auch verlinkt. Äh, ferner noch ganz vielen Dank, äh, an meinen Abonnenten in der ersten Stunde. Äh, sie sind auch gerade eingeblendet, dafür, dass ihr immer mich, äh, bei meinen Videodrehs so gut unterstützt und meine Videos auch bei Facebook teilt. Ähm, ohne euch wäre ich bisher noch lange nicht so weit gewesen. Und, ja, ja, ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn ihr auch in Zukunft meine Videos weiter teilen würdet und, ja, damit der Kanal weiter wächst. So, nochmals vielen, vielen Dank an alle Abonnenten und, ja, ich hoffe, ihr haltet mir auch weiterhin die Treue. Ich bin für heute raus hier, wünsche euch ein schönes Wochenende und wir sehen uns im nächsten Video. Tschau Leute, euer Baxi.